so dann legen wir mal los hallo und einen wunderschönen guten was auch immer hier sind die aussätzigen zauberer und zwar heute mit dem jan und dem philipp ja haben wir uns jetzt gegenseitig vorgestellt ja genau so war es jetzt so war es jetzt ja vielleicht erkennt ihr auch unsere stimmen und könnt ihr mittlerweile zuordnen wir sind immer die die ihr nicht kennt und liebe leute es war ja weltuntergang ja und die welt ist nun im chaos es gibt kein internet mehr und die datenschutz grundverordnung hat alles vernichtet zumindest hatte ich den eindruck in der letzten mai woche als hier alles zusammengebrochen ist über mir und ja warum wir uns auch so rar gemacht haben vorher so mal zu entschuldigen soll man sich nicht dafür sondern nur zur erklärung auch keine rechtfertigung wenn wir gesagt wir sind sowas wie datenschutz arbeiter das heißt wir haben beruflich damit zu tun und das letzte vierteljahr war die hölle zumindest für mich weil das war unglaublich was sowohl beruflich als auch außerberuflich in der verwandtschaft in der freund bekanntschaft da über einen hereinbricht weil die presse hat ganze arbeit geleistet und jedem erzählt dass es diese dsgvo gibt ja vor allem was was mich ja wirklich erstaunt hat ist zum einen naja wir wissen ja jetzt alle irgendwie dass die im prinzip schon seit zwei jahren sich angekündigt hat ist eine übergangsfrist von zwei jahren hatte jetzt zum mai war klar dass sie dann praktisch in kraft tritt und irgendwie gefühlt hat man klar haben wir beruflich bedingt natürlich das ein bisschen früher schon auch mitgekriegt und auch schon zu tun gehabt aber so kurz vorher ist alles in schierer panik drum gerannt und kommt vollkommen kopflos und was mich ein bisschen wirklich auch aufgeregt hatten gestört hat ist genau dieses thema dass das nicht sehr sachlich oder auch nicht mal annähernd sachlich in der presse und auch in den medien irgendwie mal wirklich versucht wurde rüber zu bringen also auch da ist echte panik geschoben worden teilweise wirklich mit vollkommen hanebüchen informationen die da geflossen sind das eine was mir mal aufgefallen ist dass ich dann irgendwann mal einen kommentar von jemanden wir machen ja podcast und sind da auch in der in der community so ein bisschen unterwegs und da gibt es dann foren und in den foren ging das genauso los also wo man eigentlich sagte oder auch dachte wie die leute sind damit befasst die kennen sich mit mit digitalisierung und mit digitalem leben aus sie kennen social media die nutzen das selber die machen selber solche dinge ja und selbst da ist die panik ausgebrochen und sind auch wirklich ganz merkwürdige kommentare da gekommen dann habe ich dann einmal gelesen einen etwas längeren kommentar von jemand der heute jan heißt wie sich dann rausgestellt hat der dann mal so ich sag jetzt mal einfach mal von 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 der seele gesprochen oder geschrieben hat wie es ihm denn dabei geht vielleicht kannst du noch mal das ein oder andere da raus lassen also diese diese ganze panikmache die ging ja einem da wirklich tierisch auf den nerv ja also liebe podcaster safari auch uns hört manche kennen uns ja aber selbst die die mit denen wir in kontakt sind oder mal auf workshops zusammen waren haben mich überrascht mit ideen ich lösche jetzt meinen blog oder ich wandle mein wordpress in statische html seiten um da wo ich mir gedacht habe leute habt ihr das wirklich nicht verstanden wie dieses netz funktioniert und ja auch diese falsch verstandene cookie richtlinie hat da wahrscheinlich schaden angerichtet und was mich da betrübt ist sozusagen das thema um gottes willen wir müssen jetzt was tun weil da drohen ja hohe strafen und ich habe das ja auch geschrieben bisher war die maximal strafe okay das ein bisschen äpfel mit bürnen aber trotzdem die maximal strafe bisher waren zwei jahre gefängnis und jetzt geht es vier prozent vom jahresumsatz eines konzerns was bei facebook viel geld ist aber bei so einem selbstständigen alleinverdiener ist das eben nicht diese dimension und vorher zwei jahre gefängnis haben wohl nicht abgeschreckt also hat dieses thema um gottes willen das sind so erschreckend hohe strafen wie wie konnte das wirken weil ja eigentlich ja vorher auch schon hohe strafen waren weil monetär 300.000 euro ich glaube ein podcaster wird auch keine 300.000 euro übrig haben ich weiß es nicht ob es in usa welche gibt aber bei uns hier nicht und eben wie gesagt zwei jahre knast als maximal strafe die zwar jetzt nicht für selbe delekt immer passt ist so ein wahnsinn da wo ich mir gedacht habe jetzt musste irgendwann mal was dazu schreiben weil das hältst du langsam nicht mehr aus also wir können da gerne auch einen link denke ich mal mit in den show notes packen also dieses das thema ist ja nicht nur dass das dass das so hohe strafen ist sondern was was auch schon irgendwie schon total missverstanden ist es geht ja da auch immer um die verhältnismäßigkeit von so einer strafe also was ist tatsächlich für ein schaden entstanden bei einem bei einer missachtung von so einem gesetz und wie muss man denjenigen der da irgendwas falsch gemacht hat letztendlich dazu bringen das eben nicht mehr zu tun das sind alles maximal strafen also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass da jemand wirklich da mit millionen strafen oder so zu rechnen hat das muss man auch alles erst mal ein bisschen abwarten wie sich das entwickelt wichtig ist und das ist die intention von diesem gesetz dass da jetzt mal wirklich empfindliche strafen ausgesprochen werden können die dann eben auch jemand wie facebook dazu bringen und das hat es ja auch schon getan zu reagieren auf sowas ja und das haben sie ja auch gemacht sie haben ja sehr sehr viele daten aus europa weggezogen in die usa rüber gezogen weil sie das letztendlich hier in europa so gar nicht umsetzen können wie sie es jetzt gesetzlich machen müssten da ist eine ganze menge gelaufen wird auch noch eine ganze menge laufen das wird sicherlich nicht dazu führen was ja auch viele immer so ein bisschen in die wagschale schmeißen ja die werden dann hier im europäischen markt oder in europa weniger machen und das alles auch noch aus amerika genau das ist in der datenschutz grundverordnung ja anders verankert nämlich das marktprinzip da wo sie das verkaufen da gilt das gesetz und nicht da wo sie es herstellen ja also das können die machen so viel wie sie lustig sind da wird eine ganze menge ja ich sage jetzt mal noch geschehen da wird man wird man auch sehen wie sich das dann noch auswirkt die ersten die ersten sachen sieht man ja jetzt auch schon das war das eine thema das andere thema ist auch dieses was mir wirklich total gegen strich ging dieses späte reagieren und dann so tun als wenn uns das jetzt total überrascht hätte wie gesagt das ding ist zwei jahre mit der übergangsfrist von zwei jahren in kraft getreten die ganzen zwei jahre hat sich keine socke um irgendwas gekümmert und so zwei tage sage ich jetzt mal ein bisschen sehr übertrieben vorher fällt einem dann auf einmal ein ups da muss ich doch noch schnell meine webseite ändern und ich weiß jetzt panisch überhaupt gar nicht was sie jetzt von mir da wollen ja also das finde ich schon ein bisschen bisschen herb sage ich jetzt mal so von meiner erfahrung her selbst in großen betrieben und so kriegt man das natürlich mit aber selbst da waren die vorlauffristen schon noch ein bisschen größer aber selbst im mittelstand oder so wissen ja auch viel von mittelständlern angesprochen worden wir haben da auch ein paar sagen machen können wo man sich wirklich fragen muss die leute wie seid ihr die ganze zeit unterwegs gewesen genau hat das wirklich niemanden interessiert dass man hier mit grundrechten falsch umgeht oder wie man quasi so grundrechte behandelt das ist ja erschreckend und dann eben halt dann in der praxis wie man drauf reinfällt und das was quasi mich veranlasst hat da überhaupt was zu schreiben war dann das thema dann einstimmen in dem chor ja diese DSGVO muss weg weil das ist genau das was jetzt nicht passieren darf weil wenn man sich die aktuelle politische lage in europa anguckt und guckt wie wie die entstanden ist so eine grundrechts würde ich mal sagen stabilität wie eine datenschutz grundverordnung für die zukunft schaffen kann werden wir die nächste jahre nächsten jahre nicht mehr kriegen weil im moment jeder das ding dann abschaffen würde und jeder der jetzt meint nur weil er mal eine stunde oder drei stunden haben manche gesagt oder mal zwei tage sich mit seinem eigenen tun auseinandersetzen muss ist doch kein grund dafür in den chor mit einzustimmen hier grundrechte abzuschaffen und dann quasi in das richtung gehen wir schaffen jetzt einfach mal die freiheit ab und der einzelne hat da nichts mehr zu sagen und das das ist total schlimm ich finde die finden wichtiger wichtiger punkt ist sich noch mal so wirklich in erinnerung zu rufen um was geht es denn da jetzt eigentlich bei der datenschutz grundverordnung grundsätzlich geht es darum das ungleichgewicht der macht ein bisschen mehr ins gleichgewicht zu bringen du hast auf der einen seite große unternehmen oder unternehmen generell die natürlich geld haben rechtsanwälte haben agieren können sachen anbieten die du nutzen kannst als normaler user und du als kleiner user stehst dem gegenüber eher machtlos da ja und datenschutz grundverordnung verschiebt da jetzt so ein klein bisschen die die verhältnisse in dem sie im grundsatz eigentlich sagt nein du hast da grundrechte und du darfst sie einfordern du bist derjenige von dem das ausgeht und nicht die firma die da irgendwas anbietet gibt vor wie das hier zu laufen hat oder wie das nicht zu laufen hat es gibt gibt zwei schöne beispiele zum einen habe ich von sehr vielen gerade auch amerikanern gehört die in amerikanischen unternehmen eher datenschutz freundlich unterwegs sind die gesagt haben sie finden das finden das eigentlich super weil jetzt sehr viele amerikanische unternehmen tatsächlich nach europa gucken wie das da funktioniert und wie das da laufen kann ja also die die eher nicht so unterwegs sind sagen naja das ist alles ganz schlimm und ganz schlecht wie es da läuft sondern im prinzip so hatten wir ja auch mal darüber gesprochen diese diese etwas andere ansatz eben nicht wir tun erst und gucken dann wenn was schief geht und ändern es dann sondern wir wir schützen uns als 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 diejenigen die da als betroffene unterwegs sind schützen uns und lassen nur zu was was dann im prinzip mit der einwilligung wie auch immer dann zulässig ist und die gucken sich das jetzt ziemlich genau an und das finde ich schon mal einen ziemlich guten weg auch das was du gerade sagtest jan nämlich diese geschichte sich jetzt mal mit dem eigenen tun zu befassen einfach mal zu überlegen was habe ich denn da ich habe eine webseite ich biete da irgendwelche infos an ich habe da vielleicht einen job laufen es gibt unwahrscheinlich viele leute mit denen ich jetzt so die letzten tage auch noch zu tun hatte die die wissen gar nicht dass sie google analytics einsetzen die wissen es einfach gar nicht ja die haben das da laufen irgendwie weil das im grot drin ist in ihrem html html baukastensystem was sie da sich angelacht haben bei irgendeinem provider und die müssen sich damit jetzt mal auseinandersetzen das finde ich schon mal eigentlich eine sehr gute sache im grundsatz und die zweite sache die mir da aufgefallen ist so dass ja mag mag vielleicht damit zusammenhängen in letzter zeit so eine vermehrte diskussion die sogenannte digitale yoga oder dieses detox ja digitale detox also dieses ich befreie mich jetzt mal wieder oder ich gehe mal wieder bewusster mit social media um ich gucke mir das jetzt wirklich man brauche ich das wirklich was bringt mir das sich damit mal wieder zu beschäftigen und so zu wirklich zu überlegen muss ich denn jeden quatsch mitmachen der da irgendwie angeboten wird und das glaube jetzt gerade letzte letzten tage kam irgendwie eine meldung dass der der lanier der große guru da der das internet ja auch sehr früh schon propagierte und die neuen technologien dass der jetzt neues buch herausgebracht hat hier zehn gründe warum man social media aufkündigen sollte werde ich mir wahrscheinlich jetzt mal zulegen als ebook mal durchgucken scheinen scheinen wieder mal ganz gute argumente zu sagen sich darüber wieder mal gedanken zu machen ist das die c bedarf nun gewesen oder ich habe nur in der presse mitteilung mitgekriegt dass er ein buch herausgebracht hat ich will jetzt nicht ja ich hatte keine zeit jetzt heute noch mal nachzugucken aber philipp mal auf deine punkte einzugehen ja definitiv international wollte ich da auch noch ergänzen nicht nur usa auch asien die gucken gerade auf europa und sagen mensch das ist ein großer markt da müssen wir erst mal den mitnehmen also da müssen wir reagieren aber auch ist doch durchaus interessant wie die lösung aussieht weil da ist eine gute idee dahinter da geht es um grundrechte da geht es um freiheit da geht es um menschenrechte persönlichkeitsrecht eben nicht um datenschutz dieses komische wort das irgendwas anderes impliziert oder um it sicherheit das dann auch immer verwechselt wird ja it sicherheit ist ein aspekt it sicherheit ist auch eventuell die konsequenz wenn ich technik anwende aber niemals das ist der ursprung für das thema freiheit und persönlichkeitsrecht oder privacy oder ja die ethik des datenschutzes und zu dem zweiten punkt social media das ist auch der punkt was mich erschreckt hat ist so in der eigenen filterbubble dass leute die zum beispiel auch sagen ja dann muss man sich halt nicht dazu zwingen lassen facebook zu nutzen sondern da nutzen wir lieber das offene internet und genau die leute stimmen dann quasi ein in den chor der dann quasi der freiheit entgegen geht ohne manchmal ohne zu reflektieren oder ist das nackte angst oder panik ich weiß es nicht oder haben die medien die einfach überrollt aufgewackt aufgeweckt ich habe es nicht verstanden ja ich glaube dass da durchs netz gerauscht ist und das war echt irgendwie sinn also ich glaube einfach dass ja du lässt dich natürlich so mitreißen weil das natürlich umso näher dieser termin rückte umso mehr kam das ins bewusstsein und dann fängt der erste an ein bisschen rumzulammeln waren super berichte im fernsehen an shoppen das beste war irgendwie ich war war das in der heute show oder so ich glaube irgendwie hatten sie das thema auch sehr positiv aufgekommen also jetzt in unserem sinne da hat sich dann so ein bäcker in irgend so einer in so einer sendung da beschwert die datenschutzgrundverfahren er als bäcker muss ich da jetzt mit der datenschutzgrundverdingung zum punkt so da auseinander ist ja ganz übel ganz schlimm er kann gar keine brötchen mehr packen weil er sich damit er hat ja jetzt also einen aushang machen müssen für seine kunden und den muss er jetzt dahin hängen also es wäre unmöglich mit was er sich da alles so zu beschäftigen hat als bäcker und da kam dann so die die frage im moment mal einen aushang ausdrucken und dahin hängen das hat jetzt irgendwie den ganzen tag dazu geführt dass du jetzt monatelang da irgendwie keine brötchen mehr packen konntest oder was was heißt das eine stunde mit beschäftigen oder also das ist genau diese übertriebenheit die da die da stattgefunden hat und dann hörst du das halt nicht einmal sondern 20 30 40 mal und dann stimmst du da zwangsläufig irgendwie so du kommst dann eben auch so in diese in diese strömung mit rein und was mich halt wirklich ein bisschen überrascht hat und negativ überrascht war dass sich da jeder hat mitreißen lassen das war auf einmal ganz ganz böse und ganz schlimm selbst von leuten die sonst sehr positiv da unterwegs sind im netz die dann hier und da ein bisschen und differenziert da so ein bisschen darauf reingeschlagen haben und so aber ich glaube das wird sich alles auch wieder geben weil was da jetzt natürlich auch passieren wird die realität wird auch zeigen dass es eben nicht so schlimm ist wie jetzt getan wird das das eine das einzigste wo ich dann tatsächlich so ein bisschen abwarten würde und gucken würde ist tatsächlich diese abmahnindustrie aber ich glaube mittlerweile sind wir da so weit dass das selbst wenn das jetzt eintritt und eintrefft dass das nicht so riesen auswirkungen hat ja also dass relativ schnell eine regel vorgeschoben wird dass da sich leute irgendwie bereichern indem sie da jetzt alle möglichen webseiten anschreiben webseiten betreiber anschreiben und dann irgendwas anmachen aber auch da hast du ja auch in deinem in deinem kurzen artikel damit reingeschrieben das ist alles nichts neues das ist alles vorher auch schon alles war schon da das recht gab es vorher auch schon die impressumspflicht und so weiter da hat sich nichts daran geändert die datenschutzgrundverordnung hat da nichts dran verändert das gab es vorher alles genau so schon also danke für das stichwort philipp und zwar abmahnindustrie also einmal wie gesagt ja dafür hätte man auch abmahnen können und das ist jetzt mit der dsgvo nach wie vor genauso schwierig wie vorher mit dem bundesdatenschutzgesetz das im übrigen auch noch irgendwie gibt auch noch dicker hat man auch schon mal erklärt und abmahn ist nicht datenschutz und ist nicht dsgvo das heißt die abmahnpraxis in deutschland hat nichts mit der dsgvo zu tun ist ein grundproblem schön wäre es wenn das jetzt zum anlass genommen wird was auch die regierung geäußert hat da wollen sie was gegen unternehmen wenn man gegen diese geschäftsmodelle auf basis von abmahnungen abmahnungen was tun würde denn die betreffen dann automatisch auch gleich mehr wie das thema urheberrecht wettbewerbsrecht recht für unwg unlauterer wettbewerb und so weiter also diese ganzen gesetze rund um konkurrenten aber auch um bestimmte verletzungen die vor allem in der wirtschaft dann was zu tun haben das ist alles das thema abmahn also steht nichts in der dsgvo dazu drin und hat sich durch die dsgvo auch nichts geändert doch in einem punkt schon durch die panik und die berichterstattung darüber sind alles so verunsichert dass man wahrscheinlich auch mit halbseidenen behauptungen jetzt plötzlich geld verdienen kann und wie gesagt auch die ganzen fischer oder phishing mails betreiber oder wie man die nennt die ganzen bösen sind auf den zug aufgesprungen und nutzen das jetzt weil keiner mehr durchblickt weil sich eben keiner mehr informieren will weil jeder nur noch an der oberfläche vereinfacht und so weiter simplify das habe ich auch beruflich mitgekriegt die wollen es alle gern einfach und machen es dann auf die schnelle mit weglassen wenn du sagst wenn du es einfach haben willst dann erklär erst mal die komplexität lass uns das analysieren und gucken wie man was gutes draus machen kann das will keiner weil es ihm zu teuer ist der will eine schnelle einfache lösung und da kommt halt jemand mit einem formular und bietet dem was und dem geben sie dann das geld ohne zu verstehen um was es eigentlich geht und da geht eine ganze menge schief und ich hoffe nur dass die dsgvo da keinen schaden dran nimmt denn das wäre wirklich schlimm und wie gesagt wir stehen da jetzt an der stufe zu einem neuen zeitalter wo jetzt viel passieren wird ja und auch noch mal ein punkt ist mir noch aufgefallen verhältnismäßigkeit wurde gesagt hast wo viele jetzt irgendwelche ausnahmen für kleine wollen wo ich sage schwierig also was ab ab wann willst du da schwellen machen für einen freiberufler oder weil du sagst derjenige der sich im netz auskennt ist das der dann der gute darf der dann mehr weil wir haben es ja gerade erwähnt genau die wussten ja auch nicht bescheid das heißt damit hat es ja dann eigentlich die richtigen getroffen oder wenn das ich bin da gern für krasse beispiele das wäre so ähnlich wie wenn du sagst okay bei schusswaffen der der meint er gehört zu den guten der darf schusswaffen benutzen und die die bösen sind die sollen es bleiben lassen es funktioniert halt nicht weil erstens mal es gibt kein gut und böse und kein maßstab sondern es alles subjektiv und es ist also genau es ist denke ich mal so auch nicht zu fassen was was man macht und das macht ja die datenschutzgrundverordnung auch ist dann tatsächlich eben diese verhältnismäßigkeit auch in der in der strafe das ist in deutschland schon immer so gewesen dass strafen immer von bis gehen und logischerweise vom richter auch dann entsprechend bewertet werden muss was wie wen mit welcher höhe wie bestraft ja das wird schon auch funktionieren also da bin ich bin ich auch von überzeugt dass wir da mit sicherheit jetzt kein wirklich großes problem kriegen werden was mich halt ein bisschen geärgert hat auch es sind dann so zu wirklich die simpelsten dinge die wirklich mit der datenschutzgrundverordnung nichts zu tun haben wie fotos dürfen jetzt keine mehr gemacht werden berufsfotografen die um ihre existenz bangen weil sie jetzt keine bilder mehr machen weil sie jetzt jeden fragen müssten ob sie ein bild machen dürften wenn sie da draußen irgendwie haben am brandenburger tor stehen und das brandenburger tor fotografieren wollen lauter so ein zeug wo ich dann oder kindergärten die dann auf einmal jedes elternteil unterschreiben lassen wenn irgendwie was was ist eine abschlussfeier oder sonst was gemacht hat das sind alles dinge die gab es vorher schon die wurden vielleicht vorher nicht so beachtet wie sie hätten beachtet werden müssen aber die sind eigentlich nicht komplizierter geworden und in der dsgvo stehen die wenigsten davon drin das sind meistens andere dinge die sozusagen da rein interpretiert werden und mit viel halbwissen verteilt werden weil da gibt es eben nicht diese anforderung oder für mich so ein praxisbeispiel war ich habe jetzt viele anschreiben gekriegt oder leute gehabt die auf mich zukommen wir machen das jetzt mit einwilligung da wo ich sage leute bitte denkt mal drüber nach einwilligung ist bei den meisten leuten auch bei so würde ich mal sagen kleinbetrieben die schlechteste lösung denn einwilligung im datenschutz heißt immer es gibt ein widerrufsrecht das heißt es funktioniert nur dort wo du widerrufen kannst das heißt wenn ich jetzt kommen mit dem thema du hast hier eine bestellung und muss da einwilligen dass ich da einen namen für die bestellung verwende völliger bullshit ist nicht nötig weil du hast eine rechtsgrundlage du brauchst den namen um die rechnungsadresse das ist alles geklärt und wenn du eine einwilligung machst ich habe mir schon überlegt bei ein paar einfach mal testhalber zu bestellen und eine woche später die einwilligung widerrufen und dem dann mit dem staatsanwalt drohen wobei staatsanwalt kannst du gar nicht drohen aber dem drohen und sagen lösche jetzt meine daten und zwar alle restlos sonst verklage ich dich auf quasi 20 millionen euro weil das geht gar nicht weil wie willst du das widerrufen also da ist so viel bullshit vielleicht weil wir wollen ja ein bisschen was erklären kurz zur geraderückung es gibt eine rechtmäßige nutzung und diesen sehr vielen dingen geregelt die einwilligung spielt nur dort eine rolle wenn du mit den daten was machen willst was derjenige nicht erwartet und was nichts mit dem was du mit dem menschen tust zu tun hat beispiel ich habe eine rechnung und ich schicke dem was im online handel dann gibt es eine rechtsgrundlage weil dazu brauche ich seine adressdaten wenn ich irgendwas anderes damit vorhabe dass ich dem nicht erzähl dann brauchst du eine einwilligung wer gut unterwegs ist der wird da gar keine brauchen genau konkretes konkretes beispiel ich bestelle irgendwas ja logisch wenn ich was bestelle dann muss ich dann irgendwie eine rechnung schreiben können ich muss dem das schicken können also brauche ich seine adresse namen und so weiter logischerweise habe ich die rechtsgrundlage nämlich den vertrag der geschlossen wurde die bestellung ist ein vertrag die muss ich auch als händler erfüllen also muss ich daten haben um die erfüllung auch hinzukriegen und das das ist die rechtsgrundlage dafür punkt wenn ich da jetzt anfangen würde würde sagen ja aber ich brauche jetzt um dir das zu schicken zu können eine einwilligung von dir dann haben wir ein riesen problem nämlich dann wird die rechtsgrundlage auf einmal die einwilligung und das genau das was du ja jetzt sagtest dann nämlich dann ziehe ich diese einwilligung nach einer woche wieder zurück das bestellung ist raus also ich sehe das päckchen ist schon unterwegs ja dann ziehe ich meine einwilligung zurück dann hat er die daten nicht mehr wenn der jetzt die rechnung nach 14 tagen schicken will gibt ja so services wo das sehr wohl so ein bisschen zeitversetzt läuft dann hat er ein problem weil er die rechnung dann im prinzip nicht mehr schreiben könnte ja das würde überhaupt nicht passen ja und das ist auch nicht klug so zu arbeiten weil auch für andere geschichten ist sowas natürlich auch immer schwierig umzusetzen ja also wenn ich daten verwende die ich dann durch eine durch eine einwilligung erhalten habe und der die einwilligung wird zurückgezogen muss ich dafür sorgen dass diese daten tatsächlich wieder verschwinden von von meiner anwendung und das ist in der regel ein wesentlich größerer aufwand wie ich sag jetzt mal das programm weiterlaufen zu lassen also die die das muss man sich wirklich sehr gut überlegen und das einzigste was passieren würde wenn du sowas tust ist natürlich genau das was auch viele jetzt im vorfeld genutzt haben nämlich rechts sage ich jetzt mal und leute die die verdienen sich natürlich so zum quark wirklich dumm und dusselig also die brauchen nicht abmahnen weil du du stolperst über die eigenen beine also noch mal kurz zusammenfassung jeder der irgendwie sag ich mal ein ehrliches geschäft macht und es gut mit seinen kunden meint und er trifft auf das thema einwilligung bitte zweimal nachdenken notfalls beraten lassen weil einwilligung ist bei den meisten einfachen fällen nicht nötig definitiv es gibt spezialthemen aber das ist so nicht der durchschnittsmensch also wenn jemand einen blog betreibt ein bisschen journalismus macht oder podcasts oder jemand hat einen kleinen shop stellt irgendwas her der hat da kein problem mit dem thema einwilligung das einzige wo er noch drüber stolpern wird ist das thema newsletter zu schicken und wenn er da bisher schon sage ich mal sehr unterwegs war und sagt ich schicke den newsletter nur den leuten die sie wollen weil anders macht es keinen sinn also ich gehe da nicht auf spam der hat auch in der regel mit dem thema einwilligung da überhaupt kein problem und kriegt das auch ganz ganz einfach auf die reihe alle diejenigen die etwas vorhaben wo sie sozusagen dem kunden nicht erzählen möchten was sie wirklich tun die haben natürlich definitiv ein thema und die haben wieder das gv oder ein thema sollen und das mit recht und die sollen weil das ist genau das problem aber liebe kollegen podcaster oder so oder auch blogger oder wie man das alles nennt oder diejenigen die da unterwegs sind als selbstständige bitte keine panik und bitte nicht auf so einen zug aufspringen und lieber ein bisschen diskutieren mit den leuten und sich schlau machen als dann den erstbesten zu nehmen der einem eine scheinbare lösung für billig geld andreht die dann aber auch nicht funktionieren fertige datenschutz grundverordnungsbaukasten was ein anderes thema auch ist ein tipp dem er glaube ich immer loslassen kann leute guckt euch an was ihr von dem ganzen krempel den ihr da unter umständen sammelt tatsächlich braucht also daten sammeln ist ja irgendwie ganz nett füllt halt irgendwelche festplatten die ja heutzutage alles gar kein problem kostet ja nichts aber nie guckt euch wirklich mal euer zeug an braucht ihr analyse wenn ihr analyse laufen habt guckt ihr da überhaupt drauf macht ihr damit was was davon ist wirklich sinnvoll ich habe sehr sehr viele erlebte wie gesagt ich ja erwähnt die da mal ein bisschen genauer dann hingeguckt haben in ihren quellcode und festgestellt haben dass da sachen gelaufen sind die wussten die gar nicht weil sie halt einfach in den baustein da so mit drin rum gewabbert sind und die haben da nie reingeguckt die haben log dann geschrieben wo sie auch nie reingeguckt haben leute wenn ihr das nicht braucht sie zu dass ihr das wegkriegt dann schaltet das ab macht diesen macht diesen code sauber nach google analytics wenn ihr sowas nicht braucht braucht ihr sowas gibt auch andere systeme pivik und so mit dem man sowas auch machen kann die dann auch in deutschland laufen guckt was ihr braucht konzentriert euch darauf und macht was notwendig ist und nicht unnötiges zeug jo und haben wir was vergessen bei dem schimpfen sicher sicher aber das ist ja nicht so schlimm weil wir haben es ja vergessen also dann in dem sinne macht's gut bis zum nächsten mal dieses angebot ist keine rechtsberatung und vollständig subjektiv zu risiken und nebenwirkungen lesen sie die gesetzgebung und fragen ihren datenschutzbeauftragten oder rechtsanwalt